so liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play snap elite 4 wir sind immer noch dabei diese kleine stadt hier einzunehmen step by step die frage ist wo sehe ich mich denn immer also der muss hier oben stehen genauso wie sein kollege glück gehabt dann ist ja hier sind die alle hier oben irgendwo was ging nach ohne ende muss ich raten auch der tiefsitzende sitzt drinnen im raum natürlich im raum oder da oben auf der brücke das kann auch sein cover uns den hat auch zerlegt so du bist natürlich dass ich hier stehe so das ist wieder einer von euch ja wir kommen raus wieder also auch der das aber auch alle nicht ja gut es sind natürlich jetzt ein paar die jetzt natürlich mich ärgern wollen ich weiß dass wo man auf der brücke sitzt das problem ist einfach dass ich den aber nicht sehe vom so jetzt ist der typ auf der brücke eigentlich auch weg ich muss mich mal zu mir nicht verpissen gerade vielleicht sollte ich ihnen helfen das problem ist einfach so Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, der ist auch tot So, der ist auch tot So, die sind unsere Leute ich glaube das ist richtig fiese sache klar deckung aufgeflogen das sind unsere leute hier oben ich glaube die könnte aber auch gut erledigt haben sehen auch so sind nur noch so den hat es auch erledigt und step-by-step arbeiten wird sich die stadt wieder vor wir haben wird er hat auch mitgenommen sehr schön ich glaube denn erinnerts noch erledigt und den hat es glaube ich auch noch erledigt doppel kill dann wissen wir wo wir sind so haben wir so alle oder wie sieht das aus dass wir jetzt ein bisschen weiter vorrücken können jawohl so wunderbar so wie komme ich jetzt in die städte rein äh die häuser rein weil der frugger soll ja wohl da oben irgendwo sitzen oder kann ich irgendwo hochklettern die partizanen haben sicher etwas womit ich da durchkomme vielleicht im hauptquartier ja at noch da das 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 da die da das da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, der zweite Schuss hat gesessen, Kollege. Der hat auch gesessen. Klar, wir müssen uns jetzt hier rausarbeiten, irgendwie. Wir müssen uns jetzt da natürlich rausarbeiten. Tschüss. Ich bin jetzt natürlich wieder rausgezogen mal. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Ah, da ist noch eine weitere Kette. Das heißt, ich komme in die Burg weiter rein, oder was? Scheiße. So, war was? So, den hat es auch schön erledigt. Okay, dann schauen wir mal so. Und den hat es auch im Lauf noch mitgenommen. So. Sie wissen eh, wo ich bin. Daher ist mir das gerade klar. Ich verziehe mich gerade mal ein bisschen wieder. Okay. So. 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 Ich schätze, ich habe alles eingesammelt. Munition, wunderbar. Hoffentlich bin ich nicht zu spät. Jetzt muss ich eine Leitung platzieren. Tor offen. Ich bin das Hauptquartier der Partisanen. Sehr schön, dann war das auch erledigt. Ach Gott. Ja. Ja. Ja, das war es schon. Na, die optionalen Ziele haben wir leider nicht geschafft. Aber egal. Schaut drauf. Passiert. Gut, dann mache ich den Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Und vielleicht dann doch mal mit jemandem zusammen. Hm, können wir das mal hin mit denen auch noch Level 4? Ne, leider nicht, schade. Das. Aber den nächsten Teil machen wir dann. Im nächsten Part.